Es ist gut. Es ist spannend. Es hat außergewöhnliche Charaktere. Es macht vielen Leuten Spaß und doch ist es viel zu viel verlangt, dafür 40 Euro auszugeben. Au, au, au! Paladins! Okay, wo bist du? Okay, okay, jetzt sind wir beide in der Vergleich groß. Ähm, du fliegst trotzdem. Äh, dafür kann ich da... Dafür kann ich das, ja. Ich kann das, ja. I am the one! Ja, das wüssten wir jetzt alle. So überdramatisch. I died. Und, bin ich level 8? Ja, ah, lol. Ein kleiner XP fehlt mir für level 8. Ein einziger? Ja. Wow. Dieses so hot team. It is like a normal team, but just with me. Schieß mal random in die Gegend. Vielleicht treff ich 100% ein. Ach, du bist so klein. Und noch einen getroffen. Und noch einen getroffen. Und noch einen getroffen. Ich mach mal mit. Einge... getötet. Einge- getötet, Mann? Hahaha. Ja, schlepp den Wagen, Bitches. Das ist jetzt mal in der Karate. Ich hol dir mal. Nur weil ich ein schwarzes Pferd hab. Schau, das heißt, es ist ein schwarzes Pferd hier. Wir sind alle Rassisten. Meinen ist aber braun. Das ist jetzt machen, Herr. Ach, das ist nur Latino. Ich find's auch geil. Und der hat irgendeine Typ macht die ganze Zeit die Kills, obwohl ich die ganze Zeit reinpollern. Ich glaub, ich... Hilfe, ich steck fest. Wah, 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 wah. Ich komm, ich kann nicht... Du bist so fucking nützlos. Ich kann nicht springen. Wenn du dich jetzt jeder verwachst, ich werde dich sowas von zusammenschlagen. Hachiu! Ich geh mich schon vergasen. Ja, doch geil. Ein reitender Eiswürfel, ernsthaft. Ach, Leute, der Gegner steht da neben mir. Hier ist Journey. Du bist so klein, du musst dich nicht mal wücken. Um, ähm, das ist schon gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, oh, oh. Das kostet extra. Ich hab ein Zweck getötet, wenn ich jetzt nur überfahren. Oh, ich war grad auf zwei HP und bin gestorben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt überlebt habe. Wie sieht das jetzt aus wie bei 11. September, obwohl der 11. September schöner aussah. Ich weiß nicht, ob ich das so in YouTube lassen kann, Martin. Warum? Was war, was ist denn so schlimm, was am öften September... Oh. Würde Daniel das Spiel ausspielen? Er würde immer bis zum Schluss warten. Wieso? Keine Ahnung, soll ich CSGO immer am Ende warten, bis, sagen wir mal, bis, bis die Leist fast abgelaufen ist. Ja. Achso, ich muss, ähm. Wow. Man kann ja, ähm, sich Sachen kaufen. Bei Aggression habe ich Depression gelesen. Die Furrycon hat angerufen. Sie möchten ihre Kostüme zurück. Which one? Oh yeah. Oh yeah. Ich darf, wenn ich das sehe, das geht. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Oh man, warum habe ich das jetzt gerade gesungen? Ich weiß das nicht. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. It was game now. We are stronger together. What's going on? Es ist nicht witzig, obwohl ich glache. Deine Mundanimation, die ist nicht vorhanden. Das war doch so ein Bauchrednerlachen. Inneres Schwein. Ich mag den, ob eigentlich, ja, ich soll mich umbringen, ich weiß. Okay, das kann ich nicht. Ach, du kannst deine Gedanken lesen, das ist gut. Gut, dass du in den Gedankenlesenkurs gegangen bist. So lange du nicht an den Gedanken liest. Don't let your kids watch it. Okay. Kann das nicht dauern, bis ich komme? Ich hatte jetzt gerade extra meine Fresse, das merkst du gerade. Ich habe gerade ewiges zu sehr, du hast eine Sache gespampt, weil ich sie nicht mehr nutzen kann, weil ich muss abwarten. Auf einmal so, relax, man. Wow. Alter, meine Katze ist gerade gegen die Tür gerannt. Echt? Schick, du wirst das mal gekonnt. Vor allem, ich frage mich, woher kriegt der Bombs seine Äxte? Zieht der diese nicht aus dem Arsch? Oh man, das fühlt sich schon an wie ein YouTube-Video. Oh, ich habe Sniper, aber ich bin am Arsch. Du bist ab jetzt ein zwölfjähriger Wölschchen, weil du Jink genommen hast. Und dann kriegst du noch Upgrades für dieser Typ, oder? Upgrades. Im Ersten, das ist rassistisch, man dachte, dass aus der Fall war. Wo, wo, wo? Alter. Sorry. Es kommt so ungewartet. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist das eigentlich Overwatch für arme Leute? Es ist Overwatch für Leute, die nicht für Overwatch zahlen müssen, weil Overwatch keine 40 Euro wert ist. Ey, wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Overwatch kostet 60 Euro und dann gibt es noch... Ist das umso weniger, ist es das wert? Damn. Ah, ich hab den herangezogen. Kazumi Dragon. Wer heißt der Kazumi Dragon? Kazoo ist mein Name. Kazunex klingt wie eine Kondomarke. Shut up! Es gibt eine Firma, die heißt Kunex, die ist aber für den Lars zuständig oder sowas. I am the one that don't eat the gun. Ich klicke. Is I am the one who serves off this thing. I play Pokemon Go in Iron Arena. I play Pokemon Go in Iron Island. Martin, bitte nimm an! Soll ich doch grad bauen? Also lass mich in Ruhe. Bist du größer als dich? Oh yes! Ich bin viel größer als du, Alter! Das ist Muffin! Du bist ein richtig kleiner Furry! Ich kann ja Jokes machen! That's racist! Größte Heilung! Wow! Dafür bekam ich ein paar XP, dafür könnt ich mir Zeit betrogen! Wieso lebe ich bei Cancel manchmal bei Cancer? Macht's möglich! Ja guck doch ihren Skin an! Diese Tromomacke Setup! Guck ihr Skin an! Sie ist weiß! Sie ist nicht weiß! Fist me daddy! Fist me! Spank me daddy! Der Vater das Mädchen so irgendwie alles kauft und die Mütte so Nee nee nee! Du kriegst nix! Nein, die geht sich um die Vater! Kriegst du auch eine ganz besondere Behandlung! Wie geht's ja an ihren Bruder! Nee, zu ihrem Bruder! Er hat zu ihrem Opa! Der Bruder ist drei Jahre alt! Ich geh jetzt, tschüss! Ja, tschüss! Ich geh jetzt raus! Oh, wenn ich eine Stunde mit euch spiele, krieg ich 500 Gold! Fick den raus! Oh, die halten sich mal vor... Der Welt hält sich für besonders lustig! Pfff! Ist nicht so! Jetzt wird das alles in mein Editing gehen! Geil, wie ich die Maschine kaputt machen kann! Ich verlange besseres Internet! Erinnern, Kinder! Sideways for attention! Longways for results! Ended! Hey, guys! It's quite cynical here! Hey, what about it? It's scarce here! Hey, guys! It's coming! I should scam her! Hehehe! Ähm, wer hat da grad Sex mit seiner Tastatur? Anton! Anton! Meine Spardose! Okay! Bitte! Ich war... Du stehst auf engen Schlitze! Kann das sein? Vielleicht! Findest du nen Sparschwein, der finde ich ein bisschen zu übertrieben? Das ist kein Sparschwein! Bitte, ähm, umgehe nicht meine Frage! Er weiß, was raus ist! Ich guck grad an die Decke! Ich hör den Zuma wachsen! Oh, Junge! Kannst du wachsen, Junge! Mein Name ist Toni Bamanaboni! Äh, Sputbay, Badabay, mein Name ist Toni Bamanaboni! Yes! Mein Name ist Toni Bamanaboni! Oh, ho, 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 ho! Ähm, ich hab jetzt irgendwie... Warte mal, ich geh mal kurz was googlen mit OK Google! Wartet! OK Google! Come out von Karottenkrebs bekommt! Hello Blazer, Snow Forecast, ihr! Lass mich raten, du bist auch auf Twitter! Ja! War mir klar! Ja, ist nicht auf Twitter! How's it going everyone, Donald Trump, ihr! Martin ist hier auf Twitter! Pyro is a Nico! Gero is not... Gero is not! Fiffy is here, I play you a genie call... Woohoo! Hey guys, BlackGoverBerry here! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.